Das da sah gerade komisch aus, ist aber nicht wirklich was. Hier ist auch nicht mehr wirklich was, okay. Und das hört sich echt so an, als ob das von der anderen Seite von dem Ding hier kommt. Also mache ich das einfach mal auf. You left it behind, didn't you? Ernsthaft? Das Licht geht wieder aus, also mache ich Sela. Nein, die Sachen alle nicht und alle Mützen wahrscheinlich auch nicht. Nein. Da ist ein Dings, ein Heilstein. Also ein Autosave-Stein, nur komme ich da noch nicht ran, weil irgendwas mir noch fehlt. Okay, relax, the keys to run in cycles. Ja, was zur Hölle fehlt mir jetzt? Was hast du nochmal gemacht? Ja, das ist da der richtige Eingang. Den Knopf kenne ich gar nicht. Oh, ups. Achso, der hat hier aufgemacht. Ja, klar. Achso, 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 achso. Habe ich hier drin was übersehen? Ja, jetzt habe ich eine Wasserflasche. Und auf die kann ich was legen, das bringt mir leider auch nichts. Und hier ist eigentlich auch irgendein Secret-Bereich. Den nicht vor. Ja, jetzt habe ich die Tür wieder zugemacht. Ist auch gerade egal. Das hält die kurzzeitig an, aber sobald ich hier drauf tappe. Ja, damit könnte ich theoretisch den Weg da rüber frei bekommen, um einfach so hinzugehen. Aber ansonsten bringt mir das auch nichts. Ja, und der Raum ist leer. Du hast es behindert, nicht wahr? Jangan lachen, immer. Untertitelung des ZDF, 2020 steht in Das ist egal Jetzt muss ich gerade die Schriftrolle von ihm hier wiederfinden Da steht aber auch nichts Wichtiges drin Essen ist auch nicht die Lösung Was könnte ich da noch einlegen? Sagt mit Schriftrollen? Nein Das Zipte habe ich bereits ausprobiert gehabt You left it behind Aber was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? An denen kann ich auch nichts machen Da ist auch nicht irgendwo was Besonderes drin zu sehen Und eine Fackel wird mir wahrscheinlich auch nichts bringen Nein Ey das ist jetzt echt Echt mies Ich wüsste nämlich nicht Was ich da einsetzen könnte Und den Zauber kann ich halt noch nicht Dass der mir irgendwie hilft Naja und hier komme ich nur wieder hierher zurück Von dort aus könnte ich mich nur noch oben porten Sag mir nicht ich brauche den hier auch Das wäre nämlich jetzt der einzige Grund Den ich sehen würde Um mich hier nach oben porten zu müssen Das wäre jetzt einmal aber wirklich krasses Rätsel Weil die Magier hatten ja geschrieben Man soll den Also die Wände haben geschrieben Man soll den Stein zurücklassen Tatsache Aber hey ich kann den hier einsacken Erklärt aber noch nicht wie ich hier das Achso da ist ein Knopf einfach Okay jetzt da ich den habe Könnte ich theoretisch hochgehen Und das nächste Ding aufmachen Beziehungsweise das letzte Aber Hat jetzt super viel zugemacht Scroll of detect secret stuff defense 30 Prismic magic Prismic ist das hier Und noch jemand der Hunger hat Ah gut Hilfe Aua Oh, okay. Au. Ups. Äh. Zurück habe ich gerade gespeichert. Also ja, da unten ist ein Ogre. Oh, und der Game ist auch verschwunden. Der Rote. Das heißt, ich komme hier nicht mehr rein. Da will ich auch gar nicht mehr rein. Da ist das blöde Teleporter-Rätsel. Komm, geh wieder an. Oder ich lade einfach. Das ist wahrscheinlich einfacher. Also ja, da andere Kamera. In der Woche.